Wo du nichts mehr gesagt hast? Ne, ne. Wo hast du es geschafft? Mein Controller will nicht mehr. Ich glaube mein Controller hat sich von dem Spiel verabschiedet. Als er rausgeflogen ist. Warte, Moment. Schau mal eben nach. Ne, da ist er noch. Dauert eben noch. Weichern. Ne, ne. Achso. Gute Idee. Hat er es ernsthaft geschafft, ey. Hm. Wundert mich aber auch. Das wundert mich auch, dass ich das geschafft habe. Aber das kann nur ein Unterwasser sein oder eine Höhle. Ja. Was ist das scheiße? Aber, du siehst den noch nicht! Haha. Pfeff. Deine Mutter, ey. Wir kann... Ich frag mich grad, ob das Ding vor irgendwas schützt. Wahrscheinlich. Die Dinger sind echt scheiße zu werfen. Ja, das sind sie auch. Wau, guckst du nicht ob du da unten rein kommst. Ah, ist recht. Na. Hätt ja sein können. ich hab doch da ja schon gar nichts mehr gesagt ich hab ja schon gar nichts mehr zu tun mal gucken hm tu mir ja auch egal wo du lang gehst du landest unten hallo ja lass mich ok ok nehm ich lieber das ist mies ba 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 fuck ja Wie der sein Maul erhält War ich hier nicht eben schon? Also nicht Ich guck, weißt du, ich sag extra nichts bei dir, damit du das Level schaffst Ich weiß warum Brauch die Ich brauch die dämliche Feder Sicher? Ja, weil ich wieder am Anfang gelandet bin eben Fuck Autsch, dann gleich bin ich tot Dämliche Scheiße von meinem Kopf Nein Hat er nicht Auf zu lügen Schnell Schieß einfach Nein Der macht das aber Ah Siehst du? Ich bin wieder am Anfang Ich muss die Etage hören Ja Kannst du nicht mehr durch die eine Röhre zurück? Nein Doch Okay Hallo Hallo Fuck Du bist so schlecht, ne? Ja, ich weiß Oh Was ist das? Na die Feder ist ja da, also halt dein Maul Ich kann das auch länger durchziehen, bis die Zeit abläuft Ja und dann Hallo Hallo Du bist so Ach Hilfe 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 Mach das nicht Springen die doch an Esel 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 Ab Lö voice Be true peak Du hast kein extra Leben verdient Nee Dann ist er irgendwo weiter hinten Ach egal, hier wird ja eh nix sein Fuck Oder da oben Hallo Geh doch Fuck Ja deswegen kann man da nämlich nicht durch Dann werde ich hier auch wieder durchkommen Spannendes Level Spannendes Level Spannendes Level Ja Sei ruhig Du schaffst es noch, dass die Zeit abläuft Ich weiß Hingehen und ducken Und geduckt bleiben Wie der mich eigentlich normalerweise treffen müsste Wie der mich eigentlich normalerweise treffen müsste Oh Mann ey Hey Jesus name Lass mich Darf das Bin zu doof dazu Deswegen darf ich das Du weißt auch Das ist in die Länge ziehen Das ist in die Länge ziehen Nein Nein Och Mann Boah Was mach ich da Wie krieg das echt hin Dass die Zeit abläuft Ich glaub da lang Ne doch nicht Toll Ich glaub das Ich glaub das Die Zeit abläuft Jetzt schaff ich das nicht mehr Ich bin tot Jetzt schaff ich das nicht mehr Jetzt schaff ich das nicht mehr Ich bin tot Ich bin tot Dann kannst du da jetzt auch schon rein Oh das musst du nochmal rein dann Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Oh Mann wirf doch nicht immer alles in mein Gesicht ey Spastivig Du musst die Scheisse schulcke mitnehmen Du bist dann auch verstanden He? Du musst die Schulcke mitnehmen Du musst auf die Schildkröte hüpfen, Geschwindigkeit aufbauen und du musst alles drumherum zerstören. Ach ne. Hatte ich doch hinterher. Ja, aber die Schildkröte hattest du nicht. Ja, wenn du so bist, kannst du den auch. Obwohl ne. Du brauchst die Schildkröte ja. Du brauchst doch nicht. Oder du nimmst den Block mit. Ja, oder so. Ach du kleiner Ficker. Oh, war das knapp. Das ist so scheiße, ne? Fickt euch. Oh, fuck. Ach ja. Ah ne, hier ist das Level so klein, ne? Mhm. Ist ein bisschen komplizierter. Aber ich bin zu doof gewesen. Aber dafür wusstest du gleich schon, wo das ist. Ja, ist auch gut gewesen, ne? Ich hab's ja erst gesucht gehabt. Danke. Die Dinger sind ja hier nur noch. Von Mutti Mauer. Hm? Mutti Mauer. Hallo. Hä? Das habe ich mir zu sagen. Ja. Und bei dir alleine der einfacher jetzt fährt heute. Zu Anfang gleich. Aber mir war der unten so ein Vogel. Ja, genau. Nicht genau. Gib mir den anderen auch und mach das nächste Level. Hä? du stirbst mit dem ding dinge ausgelaufen sind ich drücke einfach zu hektisch ja du wartest auch nicht wenn die beiden oben sind das hätte ich als erstes gemacht guck mal bei dir springt die gleich hoch ist doch nicht so die wissen wo sie hingehören eine wolke ich will den hammer haben brauchst du doch gar nicht mehr doch klar da hätten wir den hammer benutzen können das ist eine wolke genau ich überspringe einmal das level und fliege dann wieder zurück wenn ich sterbe ja oh man da runter nö monster wir müssen warten guck mal was da rechts weiter geht ja ach kindchen es geht da rechts weiter ach du scheiße wieso muss der nicht bedeuten doch wo ist das schloss keine ahnung guck da unten ist was ja dann spring doch runter aber leider ein pilz boah wie super das da runter ging du bist ein kleiner ficker mit deiner flamme den fick ich in den arsch ich soll noch in die flamme rein schlecht ach komm jetzt weiter spielen sollen Du bist behindert, ich weiß. Ach ja. Ich muss das ein Level spielen, wenn du stirbst. Nöööö. Hm? Wenn du stirbst, muss ich ein Level spielen. Ja. Hm. Musst du? Ja. Fuck. Na. Na. Wie verfolgt ein? Ich weiß, und? Du schaffst das bestimmt. Ich glaube an dich. Ja, du bist ein kleiner grüner Zwerg und ein Wicht. Du bist ein Zwerg. Ja, du bist ein Zwerg, du bist ein Zwerg und ein grüner Wicht. Sei doch ruhig. Hä? Schaut dich? Ja, schade. Ja und? Du waren mehr Blöcke. Du schaffst das bestimmt. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Du schaffst das bestimmt. War? Ich glaube an dich, du schaffst das schon. Ich glaube an dich, du schaffst das schon. Nein. Oh mein Gott. Warum ist er so scheiße gesprungen mit einmal? Ja, genau. Wahrscheinlich. Du hast doch gesehen, dass er scheiße gesprungen ist. Ja, wahrscheinlich. Oh no. Ich habe richtig gedrückt. No, no, no. Was denn? Ich muss Level 4 spielen. Nee. Nee. Und dir ist bei den in dem. Die Verb heat-Heavybe Нäuten. Ich will ein Begriff extert und handheld. Und ich verstehe dich. Ja, natürlich bin ich hier Protect. Ich komme operating-MeToo-Heavy BEHavy